so zu sagen Ramses, konntest du gestern überhaupt richtig schlafen, was gestern im Stream passiert ist? Ja, konnte ich, weil ich habe ja dann ein paar, ein bisschen Eierlikör getrunken und dann ging das schon. Da konnte ich dann ganz ruhig schlafen, so zu sagen. Da ist das Hunde, da! Da ist das Hundertprozentige, wenn jetzt die App ausgeht, Moment, ich muss mal einen Ball werfen, oh mein Gott, bitte, Gott, hab Erbarmen, wir stellen doch extra den Fangkreis ein und machen extra den Fangtrick, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der auch ja keinen Ball abwehrt, bitte. Zack, einfach, er ist drin im ersten Ball, guck dir das an, er ist drin, 23, 87, 100% Mewtwo. Ich hasse es, ich hasse es jetzt schon. Gleich mal einen Stern dran machen. In Baden-Württemberg, ey, wie sind wir da hingekommen? Wir sind in, wir haben in Budapest angefangen zu raiden und sind immer in der Nähe zum nächsten Mewtwo. Und jetzt sind wir plötzlich in Baden-Württemberg gelandet, ich verstehe es nicht. Und wie viel haben wir gebraucht? 783 Mewtwo-Rates. Bis zum 100% Mewtwo. Oh, ich kann nicht mehr. Fertig mit der Welt einfach nur. Hässlich. Blutsport, Blutsport, ab heute bin ich Rufbord. Hier krieg ich mit Weihnachtskot, Weihnachten, es wird rot. Beim Schlachten ist es um Tod, tot ist meine Panzerfahrt. Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt Santa Claus. Julchen Feichen führte 3 Euro an Adi. Glückwunsch. Glückwunsch. Glückwunsch.